Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Get Even, ja, hier vor dem Engramm, alles schön, bereit, wir lösen mal das Engramm, auf, jeden Moment. Dr. Ramsey, Dr. Ramsey, please, we're family, we're family, we're family, we're family. Brother, listen, it won't be long if we're so enough to leave home. Until then, there's you and me at work. Oh, Christ, I... What are we doing? You are outside the code, Doctor. I would recommend caution. The data is unstable, fragmented. You must remain calm or you risk... Don't tell me the risks, Hope. Just get me out. Now, let's see where we are. Ich würde sagen, wenn ich die Desktops ansehe und die Wand hier, wir sind bei FDG. Hätte ich jetzt mal so da hingeratet. Tja. Fahrstuhl. Hallo? Okay, er funktioniert. Habe ich noch meine? Nö, Waffe habe ich nicht mehr. Hm, Crunchy Chips, Crispy Crunch, Crunchy Drink. Und Crunchy Drink. Lecker. Fahr mit Spezial und Geronimo. Alles klar. Die haben hier jetzt super Getränke. Super Auswahl. Crunchy Drink. Hm. Ach so. Okay. Hallo? Hallo? Ah, schön. Ah, schön. Ah, schön. Das ist eine von meinen Erinnerungen. Schön. Da geht es nicht rein. Da kann man Wasser holen. Wahrscheinlich ist es ein Spital, ne? Neurologie, ja, ja. Jesus, Rob. Ich kann nicht glauben, du hast sie hier gebracht. Was hast du gedacht? Rose, das ist eine FDG-Fatilität. Meine Fakilität. Stattet mit dem besten Doktor, die Geld erlaubt. Es gibt keine bessere Beine. Ich spreche nicht. Du brauchst nicht Doktor, Rob. Du brauchst... Du brauchst... Du brauchst nicht eine FDG-Fatilität. Oh Gott, das ist so viel mehr. Rose, just breathe. Ich brauche dich zusammen. Ich brauche dich mit mir. Oh nein. Das war das Erinnerung. Doktor, deine FDG-Fatil sind erratisch. Du musst calm dich, oder du riskierst vollen mentalen Fracture. Es ist zu früh. Hope, ich werde mich hier raus. Ich versuche, Doktor. Ich versuche ein bisschen. Ress, komm an. Komm an, komm an. Was? Psychisch und Ress und Come on, come on, Carmen. Come on, come on. Nicht da durch. Alter. Nein. Au. Ups. Ich habe die Kamera falsch geschwenkt. Mein Fehler. Ich habe die Maus falsch geschwenkt. Und verdammten Leichenbestatter. Rose, just breathe. I need you together. I need you with me on this. Oh no. This is that memory. Doktor, your vitals are reading as erratic. You must calm down, or you risk full mental fracture. Too late. Hope, get me out of here. Alles klar. Just a little longer. Come on, come on, come on. Jetzt nicht umdrehen zum sehen, ob wo es ist. Oh. Oh. Doktor, try reconstructing the memory. Look for and interact with any memory imprints. It will allow me to pinpoint and remove you. I'm trying hope I really am. Just seeing this again is difficult for me. Okay. Das ist Black. Im Koma. Würde mich einmal... Wow. Okay. Gerade erschrocken. Die Tür ist verschlossen. Wir müssen uns nach drüben warten. Okay, wir sind wieder im Asylan. Äh, Asylan. Nein, wieder im Asyl. Äh, wieder im Asylum meine ich. Herrgott. Wieder in der Anstalt. So. Ja, auf jeden Fall nicht schön, ne? Okay, die Tür ist offen. Das Ding sollte uns nicht wieder verfolgen, ne? Neurologie. Transplantationen. Why? Wieso? Ja, ich hab ganz ein schlechtes Gefühl, ne? Gott! Why were you there, Mr. Black? Oh, Gott! I need you to know. I need you to know. This music should stimulate your recall, Black. It's Grace. My Grace. Playing the violin. He used to hear it in my office. Remember, Black. What did you do? Oh, Gott! Habt ihr die blauen Dinger hinter mir gesehen? Oh, ho, 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 ho. Schön. Okay, da können wir dann warten. Ich hab das Gefühl, das könnte eine Zahlenkombination sein hier, ne? Man muss nur richtig stehen. Hm. 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 4-1-9-0. 4-1-9-0. Eine Zahlenkombi. Alles klar. 4-1-9-0. Möglicherweise, ne? So, Zugriff gewährt und wir kommen trotzdem nicht rein. So, fertig. Ich habe fertig. Okay, was... Was stresse ich hier so rum? Scheint nichts zu kommen. Kann ich in Ruhe hier noch Sachen untersuchen, ne? Ist alles verschlossen. Ah, Wand. Ah, da ist nichts offen. Alles verschlossen hier. Patientenzimmer. Da fährt einer mit Rollstuhl rum. Ich mache mir ja nur ein bisschen in die Hosen. Nö, doch nicht. Wir sind wieder bei Blake im Zimmer. Was? Was? War das denn? Robi. FTG. Okay. Okay. Dann warten wir uns gleich, ne? Okay. Hey. Man kann sämtliche Kerzen an und aus zünden hier auf dieser Seite und auf der anderen Seite nicht. Waschbecken brennt eine, das war's aber auch. Und Nachtisch bei Blake. Da drüben brennt eine. Das war's aber. Müssen wir's? Das Nachtisch hier auch. Verdammt. Okay. Lavabo. Nachtisch, Nachtisch. Okay. Okay. Ich versuch's mal. Hallo. Rob dich. Also. Lavabo. Brennt eine. Da brennt keine. Da brennt eine. Und. Hier vorne ist noch ein Teil, das brennt. Mann, 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 Mann. Geht das so? Nö. Komisch. Aber ist natürlich auch Spiegel verkehrt, ne? Also, Nachtisch brennt eine. Da hier nicht. So, jetzt. Jetzt genau. Ich muss mich aus der Lübe. So ready as you can be, Mr. Black. Wir werden dich morgen. Okay. Just wo ist er, genau? All we've been told ist, er wird in der private Ambulanz tomorrow morning. Was über die Frau? Oh, da ist nichts wir können, ich bin. Das poor, poor, Frau. Ich habe alles, was ich konnte. Da war nichts mehr, ich konnte. Ja, und so verstarrt die Kleine. Und Red wusste natürlich nicht, was Black da mit am Hut hatte. Ich lauf mal wieder. Oder? Oh Gott, wo lauf ich denn hin? Oh, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Und sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Oh Gott. Oh Gott, ich will dich. Ich glaub dadurch. Ich hoff's jetzt mal. Nein. Okay, sie sind weg. Dann gehen wir wieder durch. Sie sind ja nicht better. Der Rollstuhl. Okay. Boah. Glück. Glück. Ja. Und jetzt. Okay. Well, he's all theirs, I suppose. Are you sure about this? He's in no fit state to travel. Like I said, out of our hands. Everything's in place for the transfer. We're just waiting on the ambulance. This all seems a little drastic, rather. Are you sure this is the best decision? He'll be safe in my care. I need to get to the bottom of what happened. I think what you need is sleep. Especially after Grace. Do not talk to me about Grace. I won't tell you again. Grace. My poor Grace. One moment, Dr. Ramsey. Your signal is much clearer now. Pulling you out. Dr. Ramsey. Dr. Ramsey. Do you wish to proceed? Yes, Hope. Apologies. How many problem memories did I bookmark in the audit? Three problem memories were bookmarked. And they're all significantly corrupted? Yes, Dr. Ramsey. We should have sufficient data to make sense of them when reviewed. Let's review in the same order we audited, Hope. Load the first bookmark. Loading. Alles klar. Dann würde ich sagen, legen wir gleich wieder weiter. Ja, proceed, please. Commencing Savant Playback. Bookmark 001. The death of Jasper Prado. A warning, Dr. Ramsey. This memory is highly fragmented. Which is precisely why I marked it for review. I want to see what, if anything, Black was hiding. Your notes on the memory are succinct, Doctor. What exactly happened to Prado? Yes, what indeed. Thank you for the reminder. But the question isn't really what happened to Prado. Moreover, how it happened. I would also remind you to work quickly, Dr. Ramsey. I will keep the memory stable for as long as the Savant encryption allows. Black, for God's sake, hurry. I'm trapped. You can stop this. I was here to stop Jasper getting killed. I'm sure. To stop Jasper getting killed. 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 Alles klar, wir sind wieder hier. Cool. Okay, I'm in. Time to work through. Find Jasper and get a true sense of events. Sind das Menschen? Nö, ich glaube nicht, ne? Äh? Woppen. Und, hau denn, Lukas. Und da waren zwei. Der kann mich nicht worpen. So, toll. Da war eine scheiß Schießerei, ja. Das weiß ich noch. N-Gramm auslösen. Alles klar. Ich löse das N-Gramm aus. Was ist das? Did you let him in? Cole Black. You don't want to mess with that guy, mate. Trust me. Yeah. But has he got clearance? You can ask him if you want, mate. I'm leaving him well alone. Okay, die hatten Angst vor Cole Black, anscheinend, ne? Anscheinend hatten die Angst vor Cole Black. Was mich noch komisch, was ich noch komisch finde, weil sie haben ja alle auf mich geschossen in der Erinnerung. Was sich nocht. Okay, sieh ein paar. Das war's für heute. Es ist ein wenig. Es ist nur eine Frau. Du bist schon bei uns, Bruder. Du bist schon bei uns, Bruder. Ja. Ich bin nicht old. Speak für dich selbst, Bruder. Okay. Die haben mich aber jetzt nicht bemerkt, ne? Ist doch alles ruhig. Ui, cool. Aber so bemerken sie mich dann. Toll. Das ist etwas. Hast du mir jedenfalls, das hat mich interpretiert? Klar, klar soweit. Warum sollte ich auch nicht? Vielleicht finde ich ja da noch ein bisschen Gegenstände, die ich nicht gefunden habe. Glaube ich zwar nicht, ich kann ja nur das Sonar einsetzen und warpen. Wie auf der Enterprise. Was kann ich denn hier noch machen? Okay. Ja, ja, ich muss schon zugeben. Ich habe dich von Anfang an gewandt. Bla, 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 bla. Ja. Einen guten Freund nicht aus der Klemme helfen. Ha, ha, ha. Toll, toller Freund. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Hallo? Okay. Was haben wir denn hier? Ist noch schönes. 40 Schuss. Jo, läuft. Läuft. Ein erweitertes Magazin. Da können wir noch ein N-Gramm lösen. Ich bin hier jetzt. Habe ihn einfach da. Nehmt mich, ich muss ihn einfach sprechen, das ist alles. Was auch du machst, nicht hörst du ihn nicht. Er könnte ein schlappiger Böhm sein. Oh, so sieht es aus, wie du ihn gesehen hast, bevor er sterb. Ich wundere. Alles klar. Also, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss, Sikowski und ciao. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei diesem Part. Und bis morgen. Ciao.